Ah, let's play like a legend. Ach, geben auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Was er noch so zu schaffen macht, es ist ja ja kein echter Spieler. Das ist ein echter Spieler, wie er könnte. Weißt du, er wäre ja noch, oh, was? So, was will ich machen? Ich muss... Guck. Ich gucke... Ich gucke, muss ich nein! Nein, so. Wollte ich mich konzentrieren jetzt. T-Shot is looking good here. Konzentrieren. Zum Angreifen. 9 von rechts. sie sind für quatsch wieso das heißt doch nicht automatisch dass er den buchern wieder vorbei ja richtig absolut fantastisch today auch noch today ich bin richtig happy diese runde ist mehr krampf als alles andere bis jetzt natürlich durch meine spielweise aber kommentare wegen mich damit munter mich schon mal erst recht nicht auf können wir sagen was da muss ich das was spielen denn das war auch andere stimmung denn ist ja auch der so und so machen wir das jetzt auch wenn es besser spiel und dann macht man über gary woodland der kein echter der sowieso kein echter spieler ist aber trotzdem unser pokal haben will schwache leistung oder schwache leistung die quatscherei habe ich ein kästchen ein kästchen denn ich glaub so genau das kannst du nicht wie willst das zählen genau wissen kannst du sowieso nicht was ist los gary auf gleicher stufe und neuer sie haben sie alle unbeliebtes mit nach und nach das sind bei mich alle ja ja köppe wie ist denn der stand der dinge wo ist denn mein loch meine fahne mein hier um wo ich rein muss da die bremser macht die bremser rein das ist schon mal gut die zauberkeit keine zauber auch drei etagen haben sie zu gucken wahnsinn das ist nur noch 15 das ist kein das ist keine ganze gewesen ich dachte schon die rennt noch dran vorbei. Das sah im ersten Moment so aus, ne? Das sah im ersten Moment so aus. Drei Löcher noch. So, wenn sie sich zurück an der Auge an, und dann geht's und sie auf die Hüte. Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke, ich habe immer noch einen klub zu spielen. Ich glaube, ich bin noch eine andere Klinische. Ich habe den Pidgeti hier. wie dich das wieder am rand kommen wir das jetzt davon ist die 17 meter pittsiewicz schön pittsiewicz auch nicht auch nicht wie man es macht ist verkehren ich habe knicken auftdick hälfte Und zu weit. Oh, okay. Gut. Boah, die wollen beide... Die machen sich beide unbeliebt. What does it require? The tea has been moved back some 60 yards over the last couple of years, putting a premium on finding the fairway. Those bunkers on the left-hand side are menacing, to say the least. Man muss sowieso davon erstmal anhalten. Was denn jetzt? Rook. Sit. And back to the course with the live action. This lie is not great. Stop. Good. It's fair to say that that approach didn't hit the mark. Can't fault them there. This rough is nasty. No fault in missing the green. Didn't that look good for a long time? An opportunity to make a party here. Hmm. Coca-Cola auch. Ich will Cola trinken. Jawohl. Was sagt das? Ich will Cola trinken. Ich will Cola trinken. Das war. Ich williona. Kogel. Okay, so... Ich will Cola trinken. Ich will bremse hatten wir ja dritten wo geht es weiter ach scheiße ach schade und die kümmerwissen was sehen 11 16 so was ist das vor die stange geklatscht das war noch ach das war schon 18 jetzt habe ich gar nicht wartet mal freunde der trupps ist noch nicht gelutscht weiter du bist gery woodland was meinst du wie du nachher aussiehst ja schon du machst mich ja du machst mich auch ein kurzer blick ein kurzer blick